Hier wollen wir hin. Glaube ich zumindest. Was am letzten Tag passiert ist, den du wahrscheinlich nicht geguckt hast, weil er 5 FPS hatte. Lass mich mal kurz gucken. Ich muss hier kurz ein bisschen durchskippen, um überhaupt zu erfahren, was genau passiert ist. Ja okay, wir haben mit Elepha zusammen eine Vision angeguckt, wo wir herausgefunden haben, wo Siri ist. Und ja, jetzt wissen wir es hier, wie es in Bellin oder Nobi gerade. Jene hat uns das gefragt, das habe ich schon gemacht, hat nicht aufgenommen, deswegen lass ich es jetzt einfach weil kein Bock mehr. Egal, wenn Tilted hier jetzt ist, fuck. Ähm. Aber ja. Ähm. Das heißt, vermutlich werden wir jetzt nach Nobi gerade gehen müssen, wurde da übel. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja okay, ne? Kann man damit leben. Das heißt, vermutlich werden wir jetzt nach Nobi gerade gehen müssen. Aber ja. Ähm. So. 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 Okay, warte, wir müssen jetzt hier mal festgucken, das hier machen wir alles später, obwohl, ach nicht schon, das hatte ich überlegt. Ich mache jetzt einfach mal, einfach nur das hier, nämlich, wir machen jetzt noch Skellige komplett durch, dass wir am Ende einfach ganz entspannt, was würde ich sagen, dass wir am Ende ganz entspannt einfach das Spiel durchspielen können, sage ich mal, ohne hier an Skellige noch viel machen zu müssen, sonst müssen wir hier nämlich noch mal ein bisschen was klären. Ja, Traktiver hat mich gerade sehr ausgewirft. Kann ich hier hochrettern? Ich bin mir nicht sicher, okay. Hey, 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 hey. Freundchen. Ach, Digga, ich komme in First Person, bin ich hier noch nicht so drin. Oh mein Gott, ich will doch einmal wieder hier hoch. So finde ich hier hoch. Na, Päschen? Ja. So. Soviel dazu. Ähm, 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 äh, ja. So. Äh, ja, genau. Wir machen uns hier einfach ganz entspannt. Und, ähm, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So what exactly do you expect me to do? You must help me find this gin. I've no gold to offer in reward. But I shall be ever so grateful. Since you put it that way, fine, I'll help you. Thank you. A boat awaits in the harbor. You see, you've managed to prepare everything already. I have. How could you possibly know I'd agree? I didn't. I decided to risk it. Would you let me? It depends on the situation. I think I have lost. I wonder why. Yes? Yes. Yes. Jinn hat irgendwo in diesem Bereich geschehen. Nicht zu präzise, wie Lutzko. Ich werde ein Spell auf unser Boot. Wir wissen, ob es irgendwelche Wrecken auf dem Seafloch unter uns gibt. Okay, lass uns zu arbeiten. Geht's, wenn ich den Helm nehme? Ich habe eine Wahl. Nein. Gut. Die Blue. Das zwei Mal. Hier noch ein drittes Mal. Gucken wir mal, wie sieht der Spaß hier aus. Ja, ist doch sexy hier. Chill doch, Alter. Ich bin nicht sicher, dass dieses Jinn-Thing ist eine gute Idee. Wir haben noch einen geschehen. Du weißt, was? Natürlich. Andalian hat fast seine Sprache verloren verloren. Wie glücklich, dass dein Exorcismus ihn geholfen hat. Es war politisch. Ja. Wie war ich zu wissen, dass das Inkantation bedeutet, »Begon und Plough dich selbst«? Du solltest du foreign Sprache studierst. Ich werde das immer weiterentwickeln. Natürlich. Deine letzte Wünschung hat es geholfen. Meine Wünschung war immer mit uns zusammen, nicht mit dir, mit meinem ganzen Fehler zu tun. Wichtig ist, was du wünschst. Und wenn dein Wünschung geholfen ist, musst du es mit allen bestimmten Umständen akzeptieren. Ja. Und wie bei deinen Verrückten, ich weiß nicht, warum ich nicht lachen sollte, wenn sie verlaufen sind. Ich habe etwas in der Bühne, auf der Bühne. Es ist zu tief, hier. Du kannst nicht lange nachzudenken. Du hast mich nicht verraten. Du hast mich verraten. Auf der anderen Seite. Nach allem, ich habe gefragt, für Hilfe. Ich werde ein Sprache. Es wird die Leidung des Herzens für ein Zeit. Du kannst du mehr verraten. Esad Icke, »Kräide Rathorn«. »Wertig, 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 Ah! Ah! Der ist gar nicht zu nah an meinem Ohr. Fakt. What? Ähm, was würde ich machen? Ich hoffe das wird der richtige Code. Ich will das erstmal aus dem Kopf machen. Miesigö, Madame. Perfekt. Wo bist du jetzt? Woher die Liede uns nehmen. Wir sind jetzt nicht stuck. Nein. Okay. 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 Ich sehe nichts. Okay. 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 Sieh, was jetzt beantwortet. Wirds mit abgemacht? Ah. Das ist schon ehrlich sehr, sehr wilder Zoffer. Ich habe mich daran erinnert, dass der Kasten unter uns sehr viel, wie ein Wälder, eine flachende Flügel. Ich habe mich daran erinnert, aber ich habe mich daran erinnert, was ich in fronte habe. Es gibt etwas strange über diese Wals. Es gibt etwas auf dem Boden, wir sehen was. Das war's. Hmm Ich weiß nicht, was dieses Lese des Dinges ist, das gab es noch nie vorher, aber jetzt gerade, es ist immer da, auch die letzten Leute, die die Küsten machen. Wir müssen die den Ginn finden. Genau. Bereitsst du? Ich geh da zu den Karten von drei. Nein, nicht in der Moodle. Verz... Ein, zwei. Okay, cool. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 20 15 15 15 15 15 15 16 15 15 18 Es ist Amos. Es sieht genau wie das Etchen im Buch, aber seine Kopf ist enttappt. Wenn er sterb während der Teleportiert wurde, könnte der Seel noch auf ihm sein. Behold. Bravo, komm zum Deck, ich habe eine Idee. Ich bin nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr mitgebracht. Ich werde das mal nicht mehr überlegen. Ich bin nicht mehr mitgebracht. Ich bin nicht mehr auf der Reihe. Hey, hey, hey. Komm runter, Alter. Bam, bam, bam. Hey, hey. Spammer. Ah. 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 Only a djinn can remove another djinn spell. Remove this one and you'll be free. You are free. Storm's over. Yes. It's all over. Maybe we should sit. You look a bit dazed. I'm not, but we can sit. We've improved. Last time we tamed a djinn, we destroyed half of Rind. Yes. We make a good team. Thank you for coming, Geralt. I'd have had a much harder time of it on my own. Well, I never could say no to you. Hmm. Perhaps that will change now. Feel anything? That anything's different? Hmm. Hmm. I expected... I don't know what I expected actually. A bit of vertigo perhaps. I thought... You've become a stranger to me. But I looked at you and didn't feel anything. But it's not like that at all. Nothing's changed. I don't understand. Because I don't feel anything's changed either. Sorry, but I don't want to be with you in your mouth. Like, Digga, I have a mouth. It's fucking yenne for the love of your life. Why? Because I don't feel anything's changed either. I love you, Yen. And I love you. Oh, what was that? It can't be all sweetness and light. Strange. I've done that so many times. But it felt like our first kiss to me. It was in a way. Besides, once you say I love you, her kiss has to taste differently. What's next? Got any plans? That depends what you mean. We must find Ciri and then defeat the hunt. But I doubt the world will end if we sit here a while. You know? This is very romantic. Why lovely. I think the spirits of Skellige favor us. And we have to prevent her. And we have to move on to the corners. And join the rocks. And I'll get into the rocks. We're going to turn the rocks over the channels. And be careful now. And we're going to get into the wrong notes. And move away from the rocks. And I'm going to put this up right now. And I'll check out the rocks. And I'll just keep the rocks on the rocks. Das war's für heute. Das war's für heute. We wouldn't have known Ciri had returned, if not for the Emperor and his agents. It's the least we can do. I don't know. Fine. You gotta go, go. It's gonna take now. Better not. I'll see you again soon. Take care of yourself. I'll be honest. So, das kann ich mir jetzt natürlich machen. Digga, wo geht das denn hier raus, bitte? Hallo. Oh, da. Allerdings machen wir das da. So. Wie viel? Da, 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 da. Ähm, nämlich. Freuen wir. Erstmal die Serious Quest machen. Und dann machen wir nächste Woche, weil ich glaube die geht länger, die ist auch morgen, weil die länger geht, die Ich Heimer Quest. Und dann haben wir es eigentlich auch. Ja, ich bin so schön. Ich habe es jetzt einen Katzen und ein Katzen oder ein Katzen. Ja. Das ist ein Katzen. Das ist ein Katzen. Ich hab mich so fast. Und dann, ein riesiger Seasnake schwamm und schloss mein Arm. Die Gäste haben gesprochen, ein Sanctum ist notwendig, in meinem Geist. Es geht darum, dass du ein Sanctum verletzt, ja. Nein, sie demanden ein Sanctum. Ich bin sicher. Es ist Zeit. Wir müssen ein Sanctum verletzt werden, zumindest bis zum nächsten Mal. Ich habe keine Sanctum verletzt. Looking for Ceres. Ich habe sie hier verletzt. Ancrate? Aye, sie ist hier. Wo ist sie jetzt? Hm? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Enough von den Fragen. Ich schaue für Ceres. Ich weiß nicht, wo sie sein könnte. Ich hoffe, dass sie nach der Stadt geht. Es ist eine Zeit, seitdem sie besucht hat. Sie wollte sprechen mit unseren Leuten, aber... Aber? Ich schaue sie, dass sie nach Jarl Udlrich ist. Aber ich versuchte sie. Ich versuchte sie. Aber ich versuchte sie. Die Klan Brockfarr hat etwas, was zu hide von dem Krayt? Nein, das ist nicht. Die Haus ist ein strange Ort. Viele glauben, dass sie die Haunted haben. Great. Ich liebe Haunted Haunted. Aber warum würde Ceres da gehen? Das ist gut. Nein. Alles klar. Wann fällt die Pferd in. Ich kann mich Ferdinieren. Ich habe schon mal Fertin hier rufen. Warum auch? Was er so fiel? Ich hab ja schon mal Ferdinieren. Da perché das hier? Ich habis nicht geschrieben. Ich hab's nicht, ich hab's nicht getting меш. Ich hab's gehört. Nein. Ich hab's nicht, wie ich bin. Ich hab's nicht. Das ist eine coole Quest. Du wirst dich eins der wenigen Witcher-Memes, die groß geworden sind, erleben. Verdammt, was ist wirklich falsch in dir? Die Gasschilling. Passiert. Ich muss sie rausziehen. Was? Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Mein Herz ist einfach krank. Ich wurde mit etwas schweres. Kat? Warum bist du hier? Ich kam zu suchen dich. Krok ist Angst. Ich werde dich nach Hause. Ich werde nicht gehen, bis ich helfen, Ulrich. Die Gasschill. Wo ist die Gasschill? Ich muss zurückgehen. Du bist nicht zu gehen. Ich bin nicht zu gehen. Ich habe dich aus dem Moment, ein Moment, half-dead. Ich habe zu. Du musst mir erzählen, was ist passiert. Also, was ist diese Gasschill? Es ist Brockbar. Die Ancestralen Gasschill von Ulrichs Klan. Ich muss es, um die Kürze zu halten, Ulrich. A Kürze? Ich bin nicht zu gehen. Ich bin nicht zu gehen. Er hat sich in den Hügel geklärt. Er hat sich in den Hügel geklärt. Er hat sich in den Hügel geklärt. Wenn er seine Schuld hat, er und Aki sailer sind. Das war's nicht so gut. Ihr fühlt sich nicht. Es gab einen Verkauf. Ein Wunder wurde aus und Aki fiel überbord. Er hat sich die Hügel voll mit den Hügel. Er hat sich nicht zu hören. Er hat sich nicht zu hören. We didn't want to hear Some folk on the Isle had the same doubt But none would mention it aloud What did you plan to do with the sword? I thought Aki's ghost would want it back The brother's ghost? Long as I remember Folk have said Udelric's the Chosen One The one the gods speak to I believed it once But now, considering certain things I think he's just haunted And it's his dead brother that's haunting him So you believe Aki's getting his revenge Because Udelric let him die I've talked to Yurt He swears Udelric didn't start hearing voices Till after Aki's death And I don't think Yurt's mistaken He knew both those boys from the cradle I think we need to give Brock Vare to Aki And he'll leave Udelric alone Not a bad idea On condition it's a ghost we're dealing with But something doesn't add up What's that? Aki drowned at sea Said so yourself But the ghost haunts this house Aki and Udelric both lived here Maybe that's why Thanks for your help Geralt But I've got to get the sword Out of the question I'll get it Really? Thanks So I can go see Udelric No chance You're weak Might pass out again along the way Wait here We'll go together So I can go But I can go I can go Oh I can go How can I get it off? Hello Ah! Ups! Gigasherding! Reiner! Oh nein, so rusellig! Hilfe! Oh Gott, warte, will ich jetzt wegrennen? Ist das ein richtiges Wert? Nein, ok. Das ist ja mit gewesen. Einfach jetzt wegrennen. Hallo! What is this about? Okay, das ist ja ganz ungewohnt, dass ihr das bloß in der Welt hört. Was ist das? Ich habe es gefunden. Lass uns gehen. Nach dir dann. Du bist mein Vater. Du warst mal eine Freundin, oder? Ich hoffe, wir sind immer noch. Aber... Ich habe gehört, dass du etwas ausgesprochen hast. Oder jemanden. Du sprichst über die Geschichte mit Yennefer? Das war lange vor. In fact, das war bevor Kroth trägt die Frau, die deine Mutter zu sein. Aber du und Yennefer haben wir bereits gesehen? Ah, die Dinge nie wurden mit Yenne. Was ist das mit ihr? Was ist das, was dich trägt? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das, weil ich nie die Komfort und Ehe. Die Calm und die Quiet. Und? 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 Wo ist Yennefer? Hm. Ich weiß nicht. Warum fragst du dich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum sie dich hier alleine hat. Was bedeutet, dass ich mich? Nichts. Nichts. Ich habe nur die Gefühl, dass sie nicht rauskriegt. Sie nicht aus der Sicht. Schau, da sind sie. Irgendwann Sie sind. Hierbald ist grün. Es dreht euch. Es frisch will dir das gut. Die Gottes werden nicht lieb. Jarl. Unsere Lieber. Remember. Hm. Ich habe gesagt, Geralt über Aki. Wir haben gesagt, dass... dass die Gäste auf dich angregen sind, aber er ist der Grund. Deshalb musst du zu Entschuldigen. Für Aki selbst. Ich... Ich wollte nicht. Aki in der Wasser fallen. Die Gäste werden sich angregen. Ich werde dir helfen. Und ich versuche, dass ich alles, was ich kann, um die Gäste zu angregen. Ich versuche, die Gäste zu spät, aber ich werde dich nicht verholen. Ich werde nicht die Gäste zu sagen. Was würdest du machen? Ich werde mich auf den Wasser loswerden. Ich werde mich auf den Boden verlassen. 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 Ich werde mich auf die Einfluss aus. Es ist ein sehr gefährliches Ort. Die Edyen schreien ein paar Säleren jedes Jahr. Wir müssen da sein. Aki's ghost wird nicht mehr, bis Brachbar zurückgeht. Nein, nein, nein. Die Gäste. Sie werden Angst. Ich fühle mich. Schau nicht, Jarl. Die Gäste lieben dich. Und sie lieben Aki. Sicherlich wollen sie das. Na, vielleicht kann ich da sein. Die Säule muss sich zurückkommen. Das ist das, was wichtig ist. Es macht keine Unterschiede, mit welcher Hand. Was schaue ich an? Hat Aki nichts, das mich an den Erinnerungen zu erkennen hat? Was, was er an der Erinnerung hatte, das all diese Zeit unter Wasser überleben könnte? Ich, ich habe einen kleinen Ring. Das sollte genug sein. Ich bin weg. Wenn ich jetzt hier wieder drei FPS habe. Zum Glück mache ich nur Sidecrusts. Tilt werde ich trotzdem. Ich bin einfach zu schwimmen. Hallo. Danke sehr. Ich bin einfach zu schwimmen. Ich bin einfach zu schwimmen. Ich bin einfach an die Kommentare. Ich bin einfach zu schwimmen. Wirklich. Fühl ich schon sehr. Locked! Ach, das ist die andere Kiste. Der Typ, der gerade auf der Insel lag, hat noch einen Schlüssel. Mit dem könnten wir natürlich diese Kiste dürfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach mal so negativ ist. Da ist er, der gute. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Brut. 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 Are you fucking kidding me, mate? Kept. Das ist nicht wirklich ein Problem. Das war's, das ist doch so cool. Ja, raus hier raus. Die Sendung ist mir egal. Ich will wieder schreien ein bisschen länger. Was ist das? Was ist das? Was? Warum machst du das? Das war die Willen der Gäste. Ein Geheimnis für Aki. Wann die Gäste sprechen zu dir? Nachdem ich nachdem bin? Shortly nachdem. Ich bin ein Geheimnis für mich. Ich bin ein Geheimnis für mich. Dann haben sie ihre Wille zu mir gezeigt. Sie sind immer im Geheimnis, wenn sie mit dir sprechen? Immer. Was sehen Sie dann? Sie versuchen dich zu beenden? Ich bin ein Geheimnis für mich. Sie haben mich zu verbrechen. Dann sprechen sie aus den Schatten. Was haben die Gäste? Ich bin ein Geheimnis für mich. Was sind die Gäste? Sie haben es zu beenden. Sie haben sie Angst. Sie haben Angst. Sie sind schrecklich. Sie haben keinen Geheimnis für Aki. Sie haben nicht verbrechen. Sie haben jetzt zu verbrechen. Sie haben nicht verbrechen. Sie sind nicht verbrechen. Sie sind verbrechen. Sie sind nicht verbrechen. Sie haben immer das Geheimnis für sie. Sie sind verbrechen. Nur das ihnen verbrechen. Sie haben mehr und mehr. Die Gäste sprechen aus den Schatten, wie du gesagt hast. Ist das warum du keine Lichter gibt in hier? In meinen Geheimen. Manchmal sehe ich ihre Formen. Wenn die Lichter bläst. Sie sehen die Gäste ist eine große Ehre. Vielleicht mit mehr Lichter in deinem Haus. Sie sehen sie auch wenn du wunderschön. Die weniger Menschen sind unverbrechen. Sie können nicht auf ihre Gesichter sehen. Frau Schütter. Ich verwende ihn die Fälle. Aber nichts verändert. Es ist nicht seine Grenze gebrauchten, die ihn verbrechen und ihn nicht verbrechen. Was ist mit ihm? Wir reden können. Hören wir nicht einen Spray. Die Gäste haben. Komm. Oh ha ha ha, Bruce is chugging. Es gibt zwei Methoden, die funktionieren. In Wahrheit. Sie sagen, ein Heim kann sich trinken. Du musst versuchen, etwas Schmerz zu machen. Dann wird es weitergehen, als die neue Verkunft. Wenn es sich herausfinden, dass es trinken ist, wird es geholfen werden. Great. Wir versuchen es. Ich weiß nicht jemanden, der es ausfügt. Vielleicht ist niemand ein Trinken, das gut genug ist. Was ist diese andere Art? Die Wälder sagen, dass du eine Nacht in der Heim mit dem individuell. Die Wälder? Es ist schwierig, dass es zu schmerzen ist. Aber du hast du in schlechten Konditionen gewonnen. Es geht nicht darum, zu schmerzen. Du musst den Heim ausfügt. Es muss sich aus den Schatten herausfinden. Du kannst es nicht so schmerzen. Und es ist sicher, dass es so gut ist. Du hast es gesehen, Udlerick. Es wird es nicht einfach. Ich weiß nicht. Aber wir sollten zumindest versuchen, ein Weg zu schmerzen. Es kann nicht so einfach sein. Es kann nicht so einfach sein. Außerdem ist es nicht perfekt. Was bedeutet das? Der Heim ist ein Dämon. Und Dämonen sind sehr schwer zu schmerzen. Thus, der Trickster kann nicht wissen, dass es ein Trick ist. Was? Der Heim attacke diejenigen, die eine schmerzende Konditionen haben, oder wirklich glauben, dass sie eine schmerzende Konditionen haben. Der Heim stärkt ihre Regretung und schlägt ihn. Das bedeutet, wenn der neue Heim nicht fühlt. Der Heim fühlt das. Ja. Das bedeutet. Das bedeutet. Das bedeutet. Das bedeutet. Das bedeutet, dass es die Hügel nicht mehr zu verletzen wird. Das bedeutet, dass es einen Hügel nicht mehr zu verletzen wird. Das bedeutet, dass es eine Schmerzende Konditionen gibt. Aber die Hügel nicht mehr zu verletzen wird, wird das ganze Hügel nicht mehr zu verletzen wird. Oh, das ist ja nicht. Die beiden Methoden sind gefährlich. Aber ich denke, dass wir den Trick versuchen. Ich weiß nicht, dass ich überzeugt bin. Bitte nicht sagen, dass ich mich an den Yennefer zu beschäftigen. Wenn wir nicht zu denken, können wir immer versuchen, den Witcher zu versuchen. Hmm. Das ist ein richtiges Problem. Die Haunted House. Die Heimslayer. Wenn wir, wenn etwas wie das funktionieren könnte. Boah. Okay, jetzt kommt. Wie breit er an dieser Wurstung aussieht. Der ist so geil. Das 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 ist so geil. Und jetzt sind die Hände. Und dann ist das so geil. Das ist so geil. Und dann ist das so geil. da holen jedes mal so ist es kaum an ja kam up with anything yes i have a plan one that just might work can i get any details you've got to wait for me here i won't be long anything else said yourself you can't know the details so no nothing else you simply gotta trust me hope you know what you're doing so do i so can we start i'm ready all right i'll be back soon in the meantime get a fire going in the oven over there she's running to the old house take him you must put him in the oven trust me take care not to hurt the child give me the feed in the oven throw him in the oven in the oven is a a one Punkt k Oh, 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 oh. Warum? Wie? Der Wälder hat keinen Krieg gemacht. Du findest hier weder Angst oder Angst. Nur Schock und Relief. Du hast getrunken. Du musst gehen! Wälder. Över? Free? Wir gehen weg. Wir gehen weg. Was ist passiert? Meine頭 ist schnapp. Ich schnapp in einem Maelstrom. Halt, du hast gesagt, es war über. Das ist nur fatigue. In Zeit, seine Geist wird normales zurückgekommen. Was? Was will ich jetzt? Du bist nicht orientiert, aber nicht worry, es wird passieren. Ich fühle mich, als wenn jemand etwas hat. Das ist normal. Der Heim war ein Parasite. Bonds zwischen Parasites und Hosts können sehr stark sein. Das ist warum du fühlst jetzt. Gib es ein paar Tage, Wochen, und du bist gut. Danke. Ich denke. Farewell. Werd. 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 Ich werde mit ihm gehen. Er scheint zu verraten. Gut, aber dann was, was ihr plan? Ich werde ein paar Tage bleiben, um er sich健康 zu tun. Und du? Ich werde ihn aufs Beekarock? Ich weiß noch nicht. Ich habe meine Gedanken. Ich bin sicher, dass Yennefer nicht gut ist. Was ist mit dem Yennefer und Yennefer? Ich habe sie schon schon ein paar Mal erwähnt. Nichts. Ich habe nur das Gefühl, dass du oft auf einer Meinung bist. Sie sagen, ich bin hinpegd. Nicht, dass du besonders anders bist. Es gibt Dinge zu passieren, alle Menschen. Geh ein Räutiger, ein Räutiger oder ein Tuckwitcher. Du bist alle auf eine Frau mit einem Finger. Doch ich will admit, dass du nicht alles gut bist. Du hast mich gegründet, ein komplett stranger. Few hätte ich die courage. Ich mag es, wenn du nicht alle in den Islern erzählst. Ich denke, dass ich mich dominiert bin. Auf Wiedersehen, Geralt. Tschüss, Ceres. So, die Hose muss auch noch weiß. Gleich viel besser hier. Also, soviel dazu. Wir sehen uns nächstes Mal. Wieder machen wie ich ja immer. Das war's dann glaube ich schon. Mehr mache ich dann gar nicht. Das ist eine relativ kürzere Folge. So habe ich dann halt noch. Und ja, tschüss. Jetzt können wir reden. Wie geht's dir? Ich habe Krebs tatsächlich. Mein Schwanz ist immer noch zu groß. Aber man kann nichts machen, ne? Mit so einem riesigen Dick ist das Leben wirklich fucking grausam. Weil ich einfach so... Ich laufe normal zur Schule und es schleifst irgendwo den Boden. Es ist schmerzhaft und tut weh. Und ich will das nicht mehr. Aber... Das muss wohl. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob sich Twitch jetzt auch irgendwann nochmal schließt. Ähm. Doch die CPU, das du aus hast, geht runter. Moment. Moment, die steigt. Oh. Wie ist ja, ich will. Du activating dich. Wenn durados bist du einen Aufları vent.